ARD Text im Auftrag von Funk Was zu tun? Barton ist in Schwierigkeiten. Bleiben Sie mal kurz dran. Wo ist Barton jetzt? Ich erkläre Ihnen alles, wenn Sie hier sind. Aber zuerst ist der Große da. Na, Großer? Ich, ähm... Ich nehme an, das Haus ist umstellt. Nur Sie und ich. Wer sind Sie? Ich bin im Auftrag von S.H.I.E.L.D. hier. Sie müssen mitkommen. Und wenn ich Nein sage? Das hier hat genug Energie, um den Planeten zu zerstören. Was soll ich Fury's Meinung nach tun und runterschlucken? Er strahlt eine Gamma-Signatur ab, die wir nicht aufspülen können. Und niemand kennt sich besser mit Gamma-Strahlen aus als Sie. Nur Sie und ich? Ich hab einen! Ich hab einen! Hilfe! Hilfe! Von hier ist alles klar. Der Rest liegt bei dir. Der Stark Tower ist ab sofort das Wahrzeichen für saubere, nachhaltige Energie. Sir, Agent Coulson von S.H.I.E.L.D. ist am Telefon. Bin ich da. Ab Feierabend. Sir, ihr lässt einfach nicht locker. Zeig Rückgratsche, Arfes. Die Werte scheinen stabil zu sein, denke ich. Natürlich. Ich hab mich ja selbst drum gekümmert. Was mich zu meiner nächsten Frage führt. Wie fühlt man sich denn so als Genie? Naja, woher soll ich das denn wissen? Vielleicht solltest du deinen Arc-Reaktor fragen. Sir, das Telefon. Meine Kommunikationsprotokolle wurden überschrieben. Star, wir müssen reden. Solltest du nicht rangehen? Könnte wichtig sein. Phil klingt ziemlich besorgt. Phil. Sein Vornamen ist Agent. Sie sprechen mit der Android-Kunst. Das ist eine Kopie von Tony Stark. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Es ist dringend. Hinterlassen Sie sie dringend. Sicherheitspanne. Ist der Stark? Phil, kommen Sie rein. Wir feiern ein bisschen. So eigentlich Phil. Geht es um die Avengers, von denen ich überhaupt nichts weiß? Ich dachte, die Avenger-Initiative wurde eingestampft. Und ich war sowieso nicht geeignet. Davon weiß ich auch nichts. Offenbar bin ich sprunghaft. Egozentrisch. Und nicht teamfähig. Das wusste ich schon. Hier geht es nicht mehr um Persönlichkeitsprofile. Das wusste ich nicht. Wir möchten, dass Sie sich das ansehen, so schnell wie möglich. Offizielle Konsultation von 8 bis 5 an jedem zweiten Donnerstag. Das ist keine Konsultation. Was ist das alles? Das ist... das... Oh. Okay. Ich nehme den Jet und fliege heute noch nach DC. Du hast Hausaufgaben. Und zwar jede Menge Aufgaben. Armer Captain Steve Rogers. Ein Mann ohne Zeit. Buchstäblich. Als er Captain America wurde, erlebte er so viele Abenteuer und kämpfte gegen unglaubliche Feinde. Was die Zukunft ihm wohl bringen wird? Naja, Cap hatte viele seltsame Feinde, aber keiner war so gefährlich wie Red Skull und Arnim Sola. Ein Glück hatte er Hilfe durch Peggy Carter und seinen Freund Bucky Barnes. Schlafstörungen? A لا! Öxcellsio! Öw! Öww! Öw! Vielen Dank.